Stereotype und Diches Die Deutschen sind sehr organisiert und planen alles. Die Deutschen sind spätig, stationär und auch muslimisch. Spanier kommen immer spätig. Ja, ja, ja. Los Alemanes son unos cabezas cuadratas. Alle Spanier sprechen sehr laut und duchen nander. Ja, planen. Nicht immer. Immer. Spanier sind sehr religiös. Nein. Spanier machen. Sie werden da fertig. Das klappt. Nein, es ist mehr wichtig. Die Deutschen sind sehr groß und blond. Punkt. Außer mir. Und außer mir? Also bin ich die einzige Deutsche hier? Nein. Ach so. Okay. Marge. Spanier sind mit Alfredo Landa aus. So wie zin die Ausnahme. Los españoles tienen mucho temperamento y son muy dramáticos. ¡Vamos! 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 Lígte temperamento hoy, leidensablig, leidensablig. ¡Vamos! 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 Hallo, ich heiße Arantxa, ich arbeite hier in Deutschland. Sag mal, warum hast du denn deinen Vater gesagt in mir? Na, damit ihn mir niemand glaubt. Ah, okay. Nicht komisch. Hallo, Kristina. Hallo, wie geht's dir? 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 Ah, ich bin ja, wie geht's dir? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ah, ja, ich bin ja, ich bin ja. Wie ist das fertig? Ehm, bueno... Na, los, ich kann dich mal ran. Hop, hop, hop. 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 Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Aua! Entschuldigung. Was machst du da? Du hast mich doch gerade nach einem Wasser gefragt. Wasser? Agua. Agua? Is Wasser auf Spanisch. Ach so. Aber nein... Agua ist... Est du bei? Ach so. Joop, hop, hop. Ach so. Oh, ¿qué le pasa a los alemanes con los caballos? Ich brauche an diese Galette. Ich brauche an diese Galette. Es un... digo... Fóllate. ¿Vas? Fólla. ¿Perdona? ¡Qué cerdo! Yo pensé que los alemanes eran de otra manera. Soto, ¿has tu Fólla? Ja, claro. Das ist doch nicht so kompliziert. Ja, natürlich, Hans. Es ist nur ein Fóllatso. Du musst nur drücken. Alles klar? Ja. 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 Hey, was macht ihr da? Den Mund muss man drücken. Ja. Das ist Plastik. Das ist Papier. Papier hier. Und das ist Papier auch. Ja. Alles klar? Vale. Ich bin echt genial, Franz. Dann lass es sein. Ja. 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 Es ist sehr früh. Es ist sehr früh. Es ist sehr früh. Un bisschen mehr in Spanien. Zwei, halb drei, drei. A las dos, dos y media, drei. Wir gehen. Tschüss. Tschüss. Sie spielen in Spanien. Oye, Chris. Aún es pronto para comer. ¿Te apetece tomar una caña? Claro. Están locos estos alemanes. Está claro. Están locos estos alemanes. Ich vermisse Spanien. No. 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 Wir kommen mit uns! Super! Lasst uns gehen! Mit Bier gibt es keine Missverständnisse! Bueno, venga, vamos! Estan locos estos alemanes! Como cabras! Und ich bin in Spanien! Hallo! 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 Das ist meine Tochter! Linda! Ich bin Clara, die Frau von Rosa! Sehr gerne! Sehr gerne! Sehr gerne! Ich bin in der Mutter! Gut, jetzt! Mama! Mama! Oh! Du hast es sich gut! Wir machen die Mutter! Ja! Hallo! Hallo! Wie? Hallo! Wie? Sie ist linda, meine Tochter! Aber welche Frau von Rosa ist. Mua! Mua! Passa! Warte! 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 Wir sind nach Sevilla gefahren. Oh, ich liebe Sevilla. Wunderbar. Ja, die Kiralda war sehr schön. Was? Kiralda. Ah, die Kiralda. Ja, klar. Aber es waren zu viele Leute. Ja. Ja. Ja, sehr warm. Wir haben einige Souvenirs aus Spanien. Ja. Ja. Schau mal, was wie ein schönes Ölgefäß. No, es ist ein Porron. Kein Ölgefäß. Das ist ein Porron. 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 Guck mal. Mein Gott. Ja. Was ist das? No, es ist das. Es ist das. Es ist das. Es ist das. Was ist das? Nein. Meine liebe Tochter. Ich habe auch eine schöne Tasse für meine Tochter gekauft. So originell. Ja. Oh, Tochter, salut. Ja, aber ich weiß nicht, wie braucht man das? Ja, klar, weil es nicht im Bolsum ist, es ist eine Bota. Wie ist es? Nein, es ist für die Pässe. Mira, die Pässe benutzen die Pässe für den Dervinen. Das Lieblingshobby in Spanien ist Alkohol trinken. Aber das Allemange, die Pässe für die Pässe. Ja, wie bitte, Tochter? Nein, Mutti, ich tröne kein Alkohol. Hm, ich auch nicht. So, ich habe eine neue Soas, die Sönes oder Ringe. Hier ist es, Sie haben mal. Oder Ringe? Ja, Soti. Keine oder Ringe. Das heißt, sie sind... Castañuelas. Castañuelas? Castañuelas. Castañuel, Mutti, Castañuel. Nein. Nein. Nicht zu Nesse. Zu Nesse, ich habe das in den Fiestas von meinem Land. Aber das, wir kennen natürlich. Schau mal. Docter, du hast aber Talen. Ja, vielleicht ist das ein bisschen besser. Du musst das schneller machen. Ja. Diese Objekte sind sehr komisch. No. In Alemannia, hay cosas muy raras. Mira. Nein. ¿Alguien sabe, qué es eso? ¿Alguien sabe? No, ich auch nicht. Yo tampoco. ¿Qué es eso? Ein Eierstecher. Natürlich. Claro. Und was? Ah, kurz. Das ist ein Ei. Si, un huevo. Im unteren Teil des Eiers befindet sich Luft. Claro. Ei, ei, re. Da. Es da, 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 da. Wenn sich das Ei im kochenden Wasser befindet, denn sich die Luft aus, als un der Werbe. Logico. So entsteht Druck im Inneren des Eiers und die Sachen zerbricht die Schale. Damit das Eiweiss fließt das Eiweiss raus und das ist tot. Dann machen wir ein Luft unten in der Zeit. Damit die Luft auskommen kann und keine Druck entsteht. So kann man in sieben Minuten es, wenn sie an Ei kochen. Da, 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 da. Gevt Deep im Café. Ja, da, 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 da. Bis langsung. Bis langsung. Super Stereotype und Gesetz der Deutschen und Spanier. Stereotype und Gesetz der Deutschen und Spanier. Stereotype und Gesetz der Deutschen und Spanier. Stereotype 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 und Spanier. Und beim Spanier und Spanier. Stereotype und Spanier. Ich habe mir 8.2 Vascos geholfen. Was? Ich habe mir 8.2 Vascos geholfen. Ich habe mir 8.2 Vascos geholfen. Ich habe die Kohlher und die Kohlher. Die Deutschen haben die Rolle von Spaniern gespielt und die Spaniern die Rolle von Deutschen gespielt. Und ich habe jetzt eine Frage. In der letzten Gruppe waren nur Spanier. Und jetzt ist eine gemischte Gruppe, Deutsche Spanier. Wie fühlen die Spanier mit den Deutschen und wie fühlen die Deutschen mit Spanier? Was haben von euch beide gelernt? Vielen Dank. Mónica, traduzko. Eine der Dinge, die ich sehr gerne habe, ist, dass die Spanier haben, die Deutschen und die Deutschen den Deutschen den Deutschen den Deutschen. Das ist, dass der Gruppe ist, dass die Spanier nur mit Spanier lernen. Und sie fragen, wie sich die Spanier fühlen, und die Deutschen den Deutschen den Deutschen in der Gruppe. Die Spanier zu kommen. Die Spanier! Das ist nicht. Das ist auch nicht. Wenn wir einen Fragen, über allem sehr zagen, eine Expresion, das wir uns in der Frage, dass sie gut sein können können. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist, was die Ereignisse. Die Spanier sind sehr gut. Und das ist, was wir noch nicht mehr wissen. Das ist wirklich sehr gut. Das ist wirklich schön. Es ist das gleiche. Ich habe viele Gäste gesehen, die ich vorher nicht wusste. Es gibt viele Leute hier, oder? Wir haben auch viel gesprochen. Ja, ich habe viele Gäste gesehen. Ja, ich habe viele Gäste gesehen. Comentieren Sie? Ja, ich habe viele Gäste gesehen. Wir haben uns zu uns die Frage, die wir uns nicht ansehen. Es ist ein Objekt, die es ein Pincho entdeckt. Du hast den Hügel und du es einen Abwech zu machen, damit es nicht zu verbleiben. und im Vielen Dank. 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 ... 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